Herr Bischof Oster, als neuer Vorsitzender der Jugendkommission sind die jungen Menschen in ihr Herz geschrieben. Wie wollen Sie junge Menschen zum Glauben führen? Na klasse! Ehrlich gesagt ist es immer schon, seit ich Salesianer Domboskos bin, mein Herzensanliegen. Ganz wichtig ist glaube ich, dass man zuerst mal mit den jungen Menschen unterwegs ist, mit ihnen zusammen Leben teilt, Weggemeinschaft teilt, Freundschaft schließt und von ihnen lernt. Und dann kann man vielleicht da und dort das, was wir vom Evangelium her zu sagen haben, mit hineinsprechen. Ganz wichtig ist glaube ich, dass wir die Erfahrung leben, dass wir nicht Gott bringen müssen, sondern dass er schon da ist überall wo wir hingehen und dass wir vielleicht Geburtshelfer oder Entdeckungshelfer sind. Jetzt sind die jungen Menschen heutzutage kritischer, auch was kirchliche Institutionen anbeginnt, vielleicht auch die kirchliche Tradition oder die kirchliche Lehre. Sie vertreten da ja auch, ich will nicht sagen ein konservatives Wertbild, aber doch das strenge kirchliche Wertebild. Da entsteht vielleicht eine Kluft zu jungen Menschen und deren Lebenswelt. Sie wollen es nicht sagen, aber Sie haben es natürlich gesagt. Ich vertrete einfach zunächst mal das, was die Kirche glaubt. Und ich glaube auch, dass das ein ziemlich großes Vernunftpotenzial hat. Und ich habe auch schon als Hochschullehrer sehr intensiv immer mit den Studierenden darum gerungen und auch gestritten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man darum ringt. Es ist ja so ein bisschen so eine Art aus meiner Sicht ein Vorurteil, gerade in der Arbeit mit jungen Menschen oder auch ein gesamtkirchliches Spektrum, dass man sagt, naja, da gibt es so ein paar Positionen, die sind also sowas von gestern, dass wir im Grunde nur warten, bis die letzten Betonköpfe gestorben sind. Und dann ist eh alles anders. Zum Beispiel? Naja, Sie wissen ja, dass die ganzen Themen, in denen es um Sexualität geht, da in Frage stehen. Und ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Die kirchliche Lehre war schon immer quer zur Lebenswelt in vielerlei Hinsicht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu stark gesagt. Also das Evangelium ist immer auch eine Herausforderung für die persönliche Lebenswelt. Und die Verkündigung Jesu, wenn wir sie vom Evangelium her ernst nehmen, war auch in der Hinsicht sehr, sehr anstößig. Und die bleibt auch anstößig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir Menschen oder junge Menschen quälen wollen, sondern dass in der Begegnung mit dem Herrn Veränderungspotenzial liegt, für die Fähigkeit zu lieben, für die Fähigkeit wirklich zu begegnen und damit auch für die Fähigkeit, meine eigene Sexualität so zu leben, dass sie dem entspricht, was wir glauben, was Gott in uns hineingelegt hat. Junge Menschen wollen sich durchaus auch mit Werten der Kirche identifizieren. Welche Chancen sehen Sie denn da auch für die kirchliche Jugendarbeit? Also das Allerwichtigste ist es, glaube ich, dass es persönliche Erfahrungen und Zeuginnen und Zeugen gibt. Also wir brauchen Menschen, die erfüllt sind vom Evangelium, erfüllt sind vom Herrn und vom Heiligen Geist. Und meine Erfahrung ist immer gewesen, wenn junge Menschen glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen treffen, dann führt das in der Regel zu zwei Reaktionen, entweder Anziehung oder Ablehnung. Aber das ist so wie im Evangelium. Jesus lässt nicht gleichgültig. Und wirkliche Zeuginnen und Zeugen lassen auch nicht gleichgültig. Und vielleicht ist die Kirche manchmal in der Gefahr, zu sehr einfach sein zu wollen, wie das, was die Gesellschaft in ihrem Mainstream gerade ist, damit man nicht aneckt. Das ist nicht das Evangelium. Jetzt, wenn man in die Kirchenbänke guckt, sonntags ist es doch etwas leerer, was junge Menschen betrifft. Sie haben ja auch viele Erfahrungen als Salesianer, junge Menschen zu unterhalten. Es gibt ja auch Videos, wo Sie als Clown auftreten. Wie wollen Sie denn jetzt die Kirchenbänke voller Jugendliche zaubern? Das will ich überhaupt nicht. Ich will nicht, dass junge Menschen in die Kirche gehen, damit sie auch drin hocken und damit der Bischof eine volle Kirche hat. Ich will, dass junge Menschen eine Erfahrung machen. Und wenn sie dann die Kirche entdecken als den Raum, in dem ihnen Gott entgegenkommt, wunderbar. Aber nicht einfach, wir füllen jetzt wieder Kirchen. Das ist nicht der wirkliche Ansatz. Wir müssen mit den Menschen unterwegs sein, bei ihnen sein, mit ihnen gehen. Danke für das Interview. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020